Weil das einfach attraktive Preise sind, 5 Euro eben ein sehr moderater Preis sind, um sich oder anderen eine Freude zu machen. Und wo kann man sonst eine Küche im Preis von 10.000 Euro gewinnen oder Flugreisen nach Fuerteventura? Und mit zugunsten der Duisburger und Kinder, die sozial benachteiligt sind, und das Geld verwendet wird, beispielsweise für die offene Jugendarbeit in Neumühl-Offview, aber auch für die Revitalisierung von Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet, so wie es erst vor kurzem bei der Tunnelstraße in Meidrich der Fall war. Da wurden halt 20.000 Euro aus dem Kalenderverkauf genutzt, um einen Bolzplatz wieder so fit zu machen, dass Kinder und Jugendliche gerne auf ihm toben. Und mit dem Kalenderkauf schenkt man Freude, weil man andere Kinder damit bedenkt.